Ist der Rückfluss des Blutes beeinträchtigt, steigt die Gefahr der Bildung von Blutgerinnseln an den Gefäßwänden. Wachsen diese Gerinnsel so weit, dass sich die Vene komplett verschließt, sprechen Mediziner von einer Thrombose. Erfolgt keine Behandlung, kann sich der Thrombus von der Lunge gelangen. Dort kann er Teile der Lunge verstopfen. Dieser Vorgang kann eine tödliche Lungenembolie auslösen.